so und damit willkommen zu einem neuen video von linux windows und mc hilfe heute geht es mal um die linux distribution k namea oder k namea je nachdem wobei man spricht das glaube ich spanisch natürlich aus ist eine distribution die die venezuelische regierung beziehungsweise verwaltung benutzt beziehungsweise die behörden in venezuela und das ist natürlich nicht in spanien ich glaube es ist in spanien geografie les grüßen nee das ist natürlich nicht in spanien sondern natürlich in südamerika jetzt musste ich gerade nachgucken doch doch das ist in südamerika tatsächlich ja keine ahnung wie ich auf spanien kommen wahrscheinlich weil sie da natürlich vorwiegend spanisch sprechen aber auch natürlich englisch aber vor allem natürlich spanisch ja auf jeden fall möchte ich heute mal die distribution so müssen zeigen es gibt natürlich verschiedene desktop versionen beziehungsweise umgebungen natürlich lxte kde plasma gnome xfce und so weiter und so fort wir haben jetzt die mate version und falls ihr euch fragt wir haben hier die mate version 1.24.1 wenn wir hier auf webseite gehen es gibt natürlich schon eine aktuellere mate version und zwar die 126 ob an mate überhaupt noch groß weiterentwickelt wird muss ich ehrlich sagen weiß ich jetzt so gar nicht die letzte news ist halt schon von 20 21 mal schauen aber auf jeden fall damit ihr bescheid wisst so aktuell ist jetzt hier die version nicht aber solange sie funktioniert kann man es glaube ich auch machen ja das ist ja das top bissel angepasst hier unten mit den eigens die wir hier verschieben können und würde ich mal sagen schauen wir mal was wird überhaupt hier für software mit geliefert und zwar gehen wir hier auf anwendungen dann ist das ganze eigentlich auch schon ziemlich cool untergliedert in den finden die verschiedenen themen bereiche das ist halt eben auch das schöne na dass wir themen bereiche haben ist relativ simpel und ich glaube damit kommen auch viele zu schlag mich noch mal interessieren findet ihr es ist simpel aufgebaut also made weil es ist ja quasi ein fork sag ich mal von gnome zum beispiel gnome 2.26 oder 2.28 oder ich glaube sogar 2.30 und da ist natürlich sehr sehr an gnome angelehnt beziehungsweise würde ich sogar sagen ein fork davon weil ich die benutzung eigentlich mit am besten fand oder immer noch am besten finde deswegen benutze ich eigentlich wo überall ich kann mate gehen wir auf anwendungen haben wir hier barrierefreiheit haben wir hier natürlich das onboard onboard ist hier seht ihr hier das onboard keyboard natürlich wo wir entsprechend auch in der größe hier anpassen können wir können es auch seht ihr hier in der größe verschieben dann können wir hier auch drauf klicken haben wir hier die einstellungen wo wir hier entsprechend verschiedene sachen einstellen können wie zum beispiel das thema seht ihr hier können wir hier auch zum beispiel auf droid das ganze machen sieht das so ein bisschen aus wie bei android android oder wir haben hier verschiedene text bausteine wo wir quasi verschiedene sachen quasi drauf setzen können die belegung quasi drauf setzen können finde ich wie gesagt deswegen finde ich eine coole sache beenden wir mal das ganze dann haben wir hier natürlich noch das her so sieht das ganze kann man benutzen ist sicherlich für sehr sehr viele so die einfachste und beste variante ich habe euch übrigens hier oben mal noch eine andere office suite von softmaker vorgestellt da könnt ihr euch das ganze mal anschauen das ist jetzt ziemlich gut angekommen ist auf jeden fall auch eine alternative wenn einem libro office zum beispiel nicht so zusagt das ist halt eben das schöne hier haben wir quasi weiter ist natürlich eine coole sache dann haben wir natürlich noch verschiedene andere sachen zum beispiel das made wörterbuch zum beispiel wo wir was nachschlagen können dann haben wir auch ebook editor wenn man zum beispiel jetzt ebooks hat und diese ebooks möchte man jetzt hier sehen wir zum beispiel initiieren oder anschauen geht das hier mit dem programm wie gesagt finde ich ziemlich ziemlich coole sache dann haben wir hier grafiken haben wir zum beispiel sowas wie und das finde ich ganz ganz cool hier zum beispiel das gnu beziehungsweise hier gimp in der version 2.10 das ist glaube ich so das mal programm oder der quasi photoshop killer für sehr sehr viele leute ob er jetzt der photoshop killer ist sei dahingestellt man kann mit dem sehr sehr viel machen aber ob es an photoshop rankommt das weiß ich nicht ich habe in photoshop ist es nur einmal gearbeitet und es war eine katastrophe aber liegt auch daran wahrscheinlich weil ich mit photoshop selber weil ich mich damit einfach nicht groß beschäftigt habe wir haben hier genau im gimp in der version 2.10.22 und dann haben wir natürlich noch viele viele andere am ins gelb wir haben natürliche die made farbauswahl und wir haben beim punkt internet den q betorrent und natürlich in firefox es er ist er das ist der erweiterte support der wo man quasi nicht alle sechs beziehungsweise sieben wochen updaten muss sondern ich glaube alle jedes halbe jahr glaube ich deswegen lasst euch da von der versionsnummer nicht verunsichern ihr habt ihr aktuellsten sicherheitsupdates mit drin sicherheitsupdates von daher ziemlich coole sache programmierung haben wir hier boxen ziemlich coole sache das ist natürlich hier jetzt boxen eine moderne virtualisierungs lösung sowas wie virtuelle box wird hier schon quasi mitgeliefert ziemlich coole sache ziemlich klasse werde ich auf jeden fall auch mal ein video dazu machen wenn ihr das wollt könnt ihr mir meine kommentare das ganze schnuppeln dann haben wir natürlich programmierung dann natürlich systemwerkzeuge da ist auch wieder boxen drin wobei er war ja schon hier drin wieso jetzt hier wieder drin das weiß ich nicht aber mir verschiedene sachen zum beispiel hier den disk image mount da sind ich hier wo wir quasi disk images mountain können oder einlesen können dann haben wir zum beispiel den festplatten belegungsanalyse tool das nicht ziemlich cool wo wir quasi unsere festplatte hier einfach mal quasi einlesen lassen können und in hand der grafik hier und anzeigen lassen können was verbraucht denn am meisten aktuell von uns festplatten platz es gibt bei windows auch so ein ähnliches tool da müsst ihr aber was zahlen soweit ich weiß hier ist es kostenlos mit bei macht auf jeden fall glaube ich sinn wem das interessiert dann haben wir natürlich ton und video da haben wir zum beispiel hier natürlich ganz klar den vlc media player drin das ist eben das schöne quasi die eierliegende warming star auf gut deutsch für so ziemlich alle video formate ziemlich ziemlich cooles video und audio programm mit dem man so ziemlich alles abspielen kann was man denn auch möchte dann haben wir natürlich noch sm player oder eben webcam und hier kann man natürlich noch verschiedene sachen hier einstellen man kann damit aber auch sehe ich gerade sein bildschirm aufzeichnen und unter zubehör haben wir eben hier bildschirm foto aufnehmen und eben schriften anzeigen suchwerkzeuge text editor taschenrechner wobei es hier natürlich zwei taschenrechner gibt einmal die ganz normalen von der distro und natürlich vom mate kann ja mal beide aufrufen und mit dem man sieht wieder wie beide aussehen also groß und anders sehen sie nicht aus paar sachen sind anders hier weniger programmieren gehe integrieren programmieren modus also von daher hat sich da jetzt nicht so viel getan so sehr spannende sache auf jeden fall wie ich finde das auch wirklich gute Programme mitgeliefert werden nicht zu viel und wie ich finde nicht zu wenig jetzt ist es aber natürlich so hey wie kann ich Programme installieren das ist ja auch immer wieder so eine heiß diskutierte Frage wo ich gerne auch in dem Video was dazu sagen möchte und zwar haben wir natürlich auch hier ein Software Center dabei wir gehen hier mal auf System dann haben wir hier natürlich den Punkt Systemverwaltung und hier die Synaptic Paketverwaltung die können wir übrigens auch hier unten aufrufen klicken wir darauf legitimieren wir uns genau das ist die Synaptic Paketverwaltung das will ich nicht mehr angezeigt bekommen beim Start und hier können wir nun uns entsprechend Programme installieren oder entfernen wir haben hierfür an der linken Spalte natürlich Kategorien nachdem wir suchen können zum Beispiel Multimedia und da können wir hier zum Beispiel auch ein bisschen runter scrollen natürlich hier wenn man das ganze natürlich entsprechend möchte man kann aber auch natürlich über die Suche hier einfach Sachen eingeben wie Audacity und jetzt sucht er quasi nach Audacity haben wir hier oben Audacity klicken wir hier einmal drauf zum Installieren Vormerken jetzt sagt ihr hey er muss noch ein paar Programme mit installieren ich sage auch Vormerken klick auf anwenden sage anwenden und jetzt seht ihr hier wird das entsprechende Paket heruntergeladen und natürlich auch gleichzeitig noch hier installiert Wunderbar ist installiert dann schließen wir das ganze dann gehen wir mal hier auf Anwendungen und dann auf Ton und Video und haben hier Audacity wenn wir das ganze jetzt starten so sieht hier Audacity aus kennt man liebt man und ist sicherlich eine ganz ganz gute Anwendung tada so sieht es aus wunderbar ist allerdings hier nicht in der ganz aktuellen Version ich meinte wir wären schon bei der 3er wenn ich mich nicht ganz vertue kann aber auch sein dass ich das das ist gerade so ein bisschen verwechselt so dann schließen wir das ganze mal dann gehen wir wieder auf Synaptic jetzt will ich es wieder deinstallieren machen wir hier ein Rechtsklick zum vollständigen entfernen Vormerken natürlich klicke ich hier auf anwenden anwenden und Audacity wird entfernt klick auf schließen zack bumm wir können natürlich noch die Audacity Data natürlich auch hier zum vollständigen entfernen anwenden so nachdem wir quasi das alles jetzt gemacht haben klicke ich hier wieder auf Bereiche jetzt möchtet ihr wahrscheinlich auch wissen wie aktualisiere ich das System ich gehe einfach hier auf alle Aktualisierungen Vormerken wenn er welche hätte würde er mir das jetzt sagen unser System ist aktuell also auf dem aktuellsten Stand wir können aber auch natürlich Unstable Pakete hinzufügen oder auch PPA Quellen je nachdem dafür gehe ich hier einfach auf Einstellungen Paket Quellen und kann hier natürlich noch seht ihr hier noch zwei weitere Security Pakete hinzufügen was ich jetzt auch machen natürlich klick auf ok klick auf neu laden jetzt lädt er quasi das ganze rein nicht alle Paket Quellen konnten heruntergeladen werden seht ihr hier jetzt kommt hier eine Fehlermeldung ja das tun wir also dann in dem Fall kurz wieder rückgängig machen ihr seht also auch bei mir klappt nicht immer alles neu laden so man kann natürlich auch hier in die Einstellungen hier gehen von der Synaptic und kann hier verschiedene Sachen einstellen wie zum Beispiel einen manuellen Proxy Server benutzen wenn ihr einen Proxy Server habt da oder eben direkt dann Distribution dann Dateien Farbe Spalten und Schriften oder eben allgemein da können wir quasi alles einstellen wie wir das ganze wollen schließen wir das ganze dann haben wir das abgehakt jetzt kommen wir mal zum Punkt Hintergrundbilder Hintergrundbilder das sieht zwar ganz schön aus hier aber ich möchte ein anderes kein Problem wir machen einen Rechtsklick und Hintergrund des Schreibtisches ändern der Desktop heißt hier unter der Distribution Schreibtisch also wie unter macOS natürlich so Monat zum Beispiel und hier kann ich entsprechend die Hintergrundbilder anpassen ich kann zum Beispiel das hier nehmen oder das hier oder das also sieht alles richtig schön aus ich kann auch hier das Mate nehmen das ist eben das Schöne wobei ich persönlich glaube ich mache das hier das sieht doch auch ganz ganz super aus hier man kann ja auch weitere Hintergrundbilder online natürlich erhalten wenn ich hier drauf klicke dann werde ich da natürlich weitergeleitet hier zu Backgrounds von Mate selber und habe hier seht ihr verschiedene Backgrounds 100, fast 150 Stück an der Zahl schauen wir mal wenn ich hier Windows eingebe ob es überhaupt irgendwas gibt in dem Bereich ne seht ihr machen wir mal Search ne und wenn ich hier macOS ne gibt es leider auch nichts dann müsst ihr also quasi hier ein bisschen gucken was es so gibt gibt es verschiedene Hintergrundbilder so dann haben wir natürlich noch das Thema also wir können uns entsprechend auch unser Theme anpassen wie wir das Ganze hier gerne wollen ich kann auch mit hohem Kontrast das Ganze machen je nachdem seht ihr hier das tut auch ein bisschen Leistung natürlich sparen wenn ihr jetzt einen Rechner habt der jetzt leistungsmäßig nicht so gut ist wobei ich dann wahrscheinlich eher zu XFCE oder LXCE greifen würde das ist das top Umgebung und nicht zu Mate und wir wählen aber hier das aus wir können das Ganze hier natürlich noch anpassen Fensterrahmen zum Beispiel, Symbole oder auch den Zeiger und entsprechend auch die Größe anpassen natürlich hier vom Zeiger ziemlich cool wir können hier auch die Schriften anpassen oder hier die Benutzeroberfläche entsprechend ändern das ist so das was ich euch so zeigen kann zu der Distribution wie gesagt ich finde es cool dann kommen wir zum nächsten Punkt wie kann ich hier die Uhrzeit ändern Uhrzeitdatum gehe ich hier auf gehe ich natürlich hoppala hier auf System dann auf da wirst du wohl Einstellungen dann würde ich einfach mal sagen gehen wir auf den Punkt Hardware und Zeit- und Datumsverwaltung jetzt sehen wir hier quasi hier wir haben hier entsprechend eine Zeitzone die natürlich falsch ist wir müssen also auf Entsperren klicken damit wir das Ganze quasi ändern können und zwar ich sage NP na da kommt natürlich ein Fehler ich tue das Ganze hier ändern und zwar auf Berlin klick auf Bestätigen mal schauen na kommt immer noch Error ok dann schauen wir mal ob er das ob er das jetzt geschluckt hat eigentlich theoretisch müsste er jetzt die Zeit ändern weil ihr seht ihr hier auf Bestätigen Speichern natürlich drücken und ihr seht hier normalerweise müsste er das Ganze jetzt eigentlich übernehmen aber durch das hier der NTP Sync nicht geht weil er hier quasi Error bekommt müsste man das Ganze jetzt hier manuell einstellen ich sperre das Ganze wieder und dann müsst ihr eventuell dann mal Neustab machen machen wir aber eh sowieso gleich jetzt kommen wir mal zu dem Punkt Benutzer hinzufügen entfernen das ist ja auch so ein Punkt ihr seid in einer WG oder sonst was und möchtet eurem Laptop, PC, was auch immer einer Kollegin, Freund, Freundin wie auch immer zur Verfügung stellen da geht ihr auf System dann auf Einstellungen dann auf den Reiter so eine Sache die ich jetzt echt nicht gefunden habe ich kann hier unter dem System kein Benutzer standardmäßig hinzufügen ich finde tatsächlich die Einstellung dazu nicht oder ich bin zu blöd könnt mir mal in die Kommentare schreiben ob ihr da was findet oder gesehen habt muss man sehr wahrscheinlich nachinstallieren finde ich natürlich ein bisschen uncool dass das so Haus aus von Haus aus nicht mitgeliefert wird weil ne ist natürlich nicht so toll ich kann natürlich meine persönlichen Angaben hier entsprechend anpassen und hier mein Bildchen ändern und das Passwort ändern und so weiter aber ich habe hier nicht die Möglichkeit zu sagen hey ich möchte gerne einen Benutzer hinzufügen geschweige denn entfernen finde ich natürlich ein bisschen doof weil ich kann mich ja hier auch sperren na seht ihr wenn ich hier auf Benutzer wechseln mal klicke mal schauen was dann passiert bin ich mal gespannt weitere Benutzer bin ich mal gespannt was passiert ne keine Chance das finde ich jetzt spannend dass das so nicht geht finde ich ein bisschen schade hätte mich doch sehr gefreut wenn das natürlich jetzt gegangen wäre aber kann man jetzt natürlich nichts machen vielleicht findet ihr da was raus das kann auch mal passieren tatsächlich ähm wir können natürlich noch die Startprogramme entsprechend anpassen einstellen was gestartet werden soll oder die bevorzugten Anwendungen zum Beispiel E-Mail Betrachter oder Sofortnachrichtendienste oder eben welchen Webbrowser soll man starten bei Multimedia Systembüro na also kann ich quasi alles einstellen wie ich das Ganze gerne hätte gerne möchte ich kann hier die Energieverwaltung auch einstellen was wir quasi machen sollen im Energiesparmodus und ja dann war es das soweit mit der Distribution grundsätzlich finde ich es so gut außer das mit dem Benutzer finde ich es nicht so toll muss ich sagen könnt mir mal in die Kommentare schreiben wie ihr das so sehen tut oder ob das einfach in der Mate Version das Problem ist auf jeden Fall ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal und tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal